Ja, herzlich willkommen wieder auf Lion Media. Heute wieder mit einem umfangreichen Update zu dem aktuellen US-Wahlkampf zwischen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump und dem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Ja, bereits in meinem letzten Video bin ich auf Kamala Harris eingegangen, jene demokratische Senatorin, die der Präsidentschaftskandidat Joe Biden als Running Mate, also als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, ausgewählt hat. Aus verschiedenen Gründen kamen diese Wahlen nicht sonderlich gut bei der US-amerikanischen Bevölkerung an, schon während ihrer eigenen Präsidentschaftswahlkampagne, die Harris im Dezember 2019 frühzeitig wieder beenden musste, wurde sie scharf kritisiert. So zum Beispiel von der hawaiianischen demokratischen Abgeordneten Tulsi Gabbard, die bei einer Live-Fernsehdebatte Kamala Harris' Vergangenheit als kalifornische Generalstaatsanwältin ansprach. Sie sagte wörtlich, Harris hat über 1500 Menschen wegen Marihuana-Delikten ins Gefängnis gebracht, nur um dann bei einem Interview darüber zu lachen, dass sie früher selbst Gras geraucht hat. Sie blockierte Beweismaterial, das einen unschuldigen Mann aus dem Todestrakt befreit hätte und gab dieses erst frei, als ein Gericht sie dazu zwang. Sie sorgte dafür, dass Menschen länger inhaftiert bleiben, um sie als billige Arbeitskräfte für den Bundesstaat Kalifornien zu nutzen und sie hat sich immer für das Kautionssystem eingesetzt, das arme Menschen in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Zitat Ende. Dazu ein Artikel von The Federalist vom 11. August 2020. Doch das ist erst der Anfang. Laut den Aussagen von Zach Heiner, dem Leiter einer Organisation, die sich für minderjährige Missbrauchsopfer einsetzt, hat sich Kamala Harris als Staatsanwältin stets geweigert, gegen Priester zu ermitteln, die jahrelang Kinder missbraucht haben. Und das, obwohl genügend Beweismaterial von den Opfern vorgelegt wurde. Harris hat diese Straftaten katholischer Priester stets gedeckt und unter den Teppich gekehrt. Auf der anderen Seite ist die katholische Kirche in Kalifornien nämlich auch immer ein großzügiger Spender an Harris' Wahlkampagne gewesen. Mehrere hunderttausend Dollar soll sie empfangen haben. Doch noch schockierender ist, wie sie den Konzern Planned Parenthood geschützt hat. Im Jahr 2016 hatte David Darleiden, der Leiter des Center for Medical Progress, geheime Videoaufnahmen von Gesprächen mit Mitarbeitern des Abtreibungskonzerns Planned Parenthood gemacht, in denen sie zugeben, dass die Haut, Organe und Körperteile abgetriebener Babys teilweise auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft werden. Kamala Harris veranlasste sofort eine Hausdurchsuchung bei David Darleiden und ließ all seine technischen Geräte konfiszieren, wodurch sie weitere Enthüllungen verhindern konnte. Zudem brachte sie ein Gesetz auf den Weg, welches es verbietet, geheime Videoaufnahmen von Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu machen. Also, sie deckte all diese Verbrechen und verhinderte eine Aufklärung, auf die die geschädigten Opfer so sehnlichst gehofft hatten. Dazu kommen noch ihre Affären, unter anderem mit dem ehemaligen Bürgermeister von San Francisco, auf die sie sich laut dessen eigener Aussage nur eingelassen hat, weil er ihr karriereförderliche Posten verschaffte. Und natürlich die Verbindungen ihrer Schwester, Maya Harris, zu den Podesta-Brüdern, mit denen sie laut den Wikileaks-E-Mails Pizza-Partys veranstaltete. All das führt gerade dazu, dass Bidens Wahlkampagne regelrecht implodiert. Laut einer Umfrage von Rasmussen geben ein Drittel der afroamerikanischen Wähler an, dass sie wegen der Nominierung von Kamala Harris als Bidens Running Mate wahrscheinlich dieses Jahr nicht für die Demokraten stimmen werden. Wenn das stimmen sollte, dann haben sich grob geschätzt ca. 10 Millionen Afroamerikaner dafür entschieden, im November statt Joe Biden Trump zu wählen. Und das nur wegen Kamala Harris, was beachtlich ist, da die Demokraten eigentlich versuchen, die indisch-jamaikanische Senatorin als schwarze Ikone zu verkaufen, um so die Stimmen der afroamerikanischen Bevölkerung für Bidens Wahlkampagne zu sichern, was nun vollkommen nach hinten losgeht. Und das hat die Demokraten wohl ganz schön in Panik versetzt. Also musste nun auch die gescheiterte demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ihren Hut in den Ring werfen. Sie bestätigte Ende der letzten Woche, dass sie bereit sei, ein Amt innerhalb der Biden-Administration zu übernehmen. Dazu ein Artikel der New York Post vom 13. August 2020. Doch wie es scheint, hat sie ihre eigene Beliebtheit deutlich überschätzt und Biden wohlmöglich sogar mit diesem Statement geschadet. Denn laut den vor zwei Tagen veröffentlichten CNN-Wahlumfragewerten führt Biden nur noch mit 4 Prozentpunkten vor Trump. Im Juni waren es laut CNN noch 14 Prozentpunkte Vorsprung. Also ein Absturz um 10 Prozent in zwei Monaten. Und dabei muss man bedenken, dass CNN in der Vergangenheit die demokratischen Kandidaten meist viel zu hoch eingeschätzt hat. So ergaben zum Beispiel die CNN-Umfragen am 23. Oktober 2016 zwei Wochen vor Trumps historischem Sieg, dass Hillary Clinton mit 12 Prozent Abstand vorne liegt. Also wenn selbst CNN bestätigt, dass Biden nur 4 Prozent vor Trump liegt und seine Zustimmung förmlich dahin schmilzt, dann müssen die echten Zahlen noch viel dramatischer sein. Zudem hat eine Studie des Media Research Center ergeben, dass die Sender ABC, CBS und NBC mehr als 150 Mal negativer über Trump berichten als über Joe Biden. Also auf jeden negativen bzw. kritischen Bericht über Biden kommen 150 negative Berichte über Trump. Dazu ein Artikel von Fox News vom 17. August. Das Establishment feuert aus allen Rohren, um die Wahl von Trump zu verhindern und trotzdem steuern die Demokraten auf eine noch größere Wahlniederlage zu als 2016. Vermutlich bestehen die Demokraten deshalb so vehement auf das Briefwahlverfahren, obwohl sich dieses in der Vergangenheit als äußerst anfällig für Wahlbetrug erwiesen hat, was sogar der demokratische Abgeordnete Gerald Nadler einst zugegeben hat. Offiziell sollen die Bürger durch das Briefwahlverfahren natürlich vor dem Virus geschützt werden, doch sogar der US-Top-Virologe Dr. Anthony Fauci sagt, dass es keinen Grund gäbe, warum ein normales Wahlverfahren mit Masken und genügend Abstand nicht sicher sein sollte. Dazu ein Artikel von Business Insider vom 15. August 2020. Laut Trump werde das Briefwahlverfahren zu katastrophalem Wahlbetrug führen und auch der staatliche Postdienstleister USPS, der für das Briefwahlverfahren zuständig wäre, warnte, dass es zu erheblichen Verzögerungen im Wahlprozess kommen könnte, weil nicht alle Wahlzettel rechtzeitig am 3. November ankommen werden. Dazu ein Artikel von BBC vom 15. August 2020. Also eigentlich sind sich Trump und der US Postal Service einig, dass eine Briefwahl auf keinen Fall die Lösung sein kann. Doch dann ging Trump noch einen Schritt weiter. Er kündigte an, er werde das Budget des USPS kürzen, sodass dieser gar nicht genug Geld haben wird, um das Briefwahlverfahren auf nationaler Ebene umzusetzen. Das löste natürlich eine Welle an Empörung bei den Demokraten aus. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, brief sofort alle Abgeordneten ein, um die USPS-Postbehörde vor Trumps Willkür zu retten. Und sogar Stars wie Taylor Swift riefen lautstark zu Protesten auf, um die Budgetkürzung des USPS zu verhindern. Doch sind sie damit auf einen Schachzug von Trump und des USPS hereingefallen? Denn die Postbehörde braucht das Geld hauptsächlich, um die Wahlzettel zu drucken und das Porto für den Versand zu übernehmen. Die Behörde selbst hat nun bekannt gegeben, dass sie das Patent für ein neues, Blockchain-basiertes Online-Wahlverfahren eingereicht haben. Dabei bekommt jeder, der von zu Hause wählen möchte, einen Code zugeschickt, über den er sich auf einer Webseite anmelden und anonym wählen kann. Das Ganze wird dann in einer unabänderbaren Blockchain gespeichert, sodass ein Wahlbetrug fast vollständig ausgeschlossen werden kann. Dazu eine Artikel von Business Insider von heute, dem 18. August. Und nach der Logik der Demokraten wäre das ja optimal. Jeder kann zu Hause bleiben, man spart das ganze Papier und die Wahl ist vor Betrug geschützt. Sollten die Demokraten das trotzdem nicht wollen, wird jeder merken, dass es ihnen um den Wahlbetrug ging und nicht um das Virus. Also zusammengefasst, Bidens Wahlkampagne implodiert, weil seine Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris überaus schlecht bei der afroamerikanischen Bevölkerung ankommt und sie in der Vergangenheit unter anderem pädophile Priester vor der Strafverfolgung bewahrt hat. Biden stürzt sogar in den CNN-Umfragen dramatisch ab und ihre letzte Hoffnung scheint das korrumpierbare Brieffallverfahren zu sein. Mit einem intelligenten Schachzug haben Trump und die US-Postbehörde die Demokraten nun allerdings in eine ausweglose Position manövriert, sodass sie einer sicheren Blockchain-Online-Wahlmethode nichts entgegensetzen können. Ja, es bleibt weiter spannend auf der anderen Seite des Atlantiks. Abonniert gerne jetzt den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtet. Ja, und falls ihr meine Arbeit mit einem kleinen Betrag unterstützen und damit weiterhin ermöglichen möchtet, dann findet ihr ein PayPal-Spend-Link sowie eine Konto-Verbindung unten in der Videobeschreibung. Mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wer nächstes Video schaut. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020